Kingdoms of Amalur Reckoning Im Kingdoms of Amalur gibt es einige Nebenquests, die etwas seltsam sein können. Mir sind Sie mit mir? Viele glauben, dass ich nur zwei, zwei Bleibungen sind. Sie sind falsch. Ich bin ein Wölf, zu verwenden, bei die Spreitze zu tragen und als ein Schmerz. Ich habe noch Wölf-Wölf-Wölf-Wölf-Wölf-Wölf-Wölf-Wölf-Wölf-Wölf. Aber die zwei-Leg-Wölf-Wölf sind so sehr bäuer. Sie können nicht sogar fassen, die Schmerz-Wölf-Wölf-Wölf-Wölf-Wölf-Wölf-Wölf-Wölf-Wölf-Wölf-Wölf-Wölf! Die Sprites sind nahe. Ich habe sie jetzt. Aber ich kann nicht gegen diese Form kämpfen. Willst du... Help, Two-Lex. Danke, Two-Lex. Aber die Aufgabe wird nicht einfach sein. Ich brauche Wasser aus der Magik... ...wähl... ...wählte durch die Sprites, die mich lieben. Bewarned, die Sprites haben viel... ...magic. Für die Welle die Garde ist älter als... ...this Wood. Und von dem sie... ...drauch... ...their Power. Die Sprites guarde die Welle, ...which ist näher die River nach dem Norden. Beware sie. Sie haben viel... ...magic. I was cursed... ...by three Sprites... ...who were bored. Had I Fang and... ...claws... ...I would shred them like meat... ...Birds. ... ...my brothers and sisters think me but another two legs now, ...and will not... ...suffer... ...my approach. Also, er ist ein Wolf, der in einen Menschen verwandelt wurde. Nun gut, helfen Sie ihm. Erstmal den Brunnen finden. Ja. Ja. Jetzt ist er weg, aber auf der Karte ist ein neues Ziel markiert. Das ist ein neues Ziel. Ah, wir fragen ihn nochmal. Ah, wir fragen ihn, wie ein Wolf von Hunt, wie ein Wolf von Hunt. Aber, was er, was es all seeks? Hm. Before I was cursed, I remember... Strongly atop the water was the scent of Leechwood. Perhaps the well seeks that. Leechwood? That is the two-leg name for that wood that feasts on strength. It appears through the... Forest. Should not be hard to find. The scent of the well was strong with its odor. Mine must be what the well is seeking. Huntwell. Es ist also der Wanderbrunn. Oh Gott. Der Wanderbrunn bewegt sich also und wir müssen ihn aufhalten. Dann können wir den Typen von seinem Fluch befreien. Ja waren nie. ?, Heimus... Mit 15. Bei mir. Amrut! Da bin ich drin. Ah, der Brunnen ist ruhig und wir haben was wir brauchen, dann geht's zurück. Oh, eine Leiche. Was liegt die denn hier? Falscher Weg. Es ist da, Tuleggs, die Scent der Wasser. Falt, aber es geht nicht um mich. Mein Brunnen wird von dir hören. Ich gehe jetzt in den Wilden und wiederhole meine Brunnen. Okay, er war wirklich ein Wolf. Sachen gibt's? Egal, weiter zum nächsten Ausrufezeichen. Egal, weiter zum nächsten Mal. Egal, I thought only the war-sworn used the Yolven road. Penry Kell's my name. Traveller by vocation. I have no trade, but I do have a job for one like yourself. Interested? Most travellers have qualms about dealing with the fair folk. Harder to read than a human, and fewer many pockets to pick. These ballads, Faye, they are not only rich in law. I've heard snippets of a ballad, and a beautiful ruby ring, and I need someone to help me get it. Hmm. Never met a traveller before, have you? We may look humble, but our purses are always full. You can find a lot of coin if you know where to look. And when. The ballad is called Ring and Reprisal. I know little about it, but if we reenact the ballad step by step, the ring should come to us. In the story, a maiden asks a champion to reclaim a ring stolen by a troll. It's a few years too late, but I'll play the role of the maiden. You be the champion. First, you must prove your prowess by hunting wild antelope, and bring back something to lure the troll. Who knows? You'd have better luck getting an answer from one of these damn Faye. But it's what the ballad calls for. You can find a antelope nearby. Bring them down and get proof of your kills. We'll need them later on. Good luck. Wir sollen eine Ballade nachspielen, um einen Ring zu erhalten. Also muss ich wild erlegen, um einen Troll anzulocken. Dann mal los. How am I? Wow. 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 Natürlich finde ich den letzten nicht, aber das wird schon. Hier geistert bestimmt noch einer rum. Schön hier, oder? Ja, oder? Hier muss doch irgendwo... Oh, eine Burg. So, hab ihn. Nun zu ihr. Okay, die Trophäen zeigen, dann kommt der Troll, den ich töten muss. Die Trophäen zeigen, dass die Trophäen der Trophäen der Trophäen der Trophäen ist. Die Trophäen ist aktiviert. Und erledigt. Die Trophäen ist aktiviert. Die Trophäen ist die Trophäen der Trophäen. Das war die Geschichte mit dem Ring. Das nächste Mal führt es uns in diese Burg zu den Warsworn. Das war die Trophäen der Trophäen. Das war die Trophäen der Trophäen. Das war die Trophäen der Trophäen der Trophäen.